Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Armbau. Nachdem wir letztes Mal so die ersten Grundmechaniken kennengelernt haben, bleibt natürlich trotzdem die Frage, wie wird das Ganze hier weitergehen? Wir haben das erste Geld verdient und könnten damit jetzt theoretisch natürlich unseren Wagen hier nochmal ein bisschen anpassen. Ich würde aber sagen, dass wir wirklich erst, wenn ich das Gefühl habe, wir sind aus dem Prolog, sag ich jetzt mal, raus. Da, glaube ich, sind wir noch mittendrin. Deswegen, würde ich sagen, fahren wir einfach mal. Direkt weiter. Am Tag als nächstes, und zwar fahren wir ein weiteres Event in der A-Klasse. Wo wir bis zu 3000 Credits gewinnen würden. Äh, ja, ich würde die Garage gerne verlassen. Wir hätten hier sogar verschiedene Arten noch erklärt, die Kurve zu fahren. Also Driften, Ideallinie oder mit Handbremse rum. Okay, krass. Ich bin mal gespannt, ob man noch wirklich einen Wagen wirklich als Handling-Bild aufbauen kann. Dass ich mir wirklich irgendwann eine Corvette C8 holen kann und da einfach sagen kann, das wird halt eine Performance-Route. Bin ich gespannt. Hey, Yas. Alles klar? Ja, alles gut. Super. Was gibt's? Kannst du einen Kumpel von mir mitnehmen? Er hat Ärger und braucht einen schnellen Wagen. Okay, ich fahre jetzt hin. Äh, fahre ich da jetzt hin? Oh, ich fahre da jetzt hin. Okay. Ja, lass ihm doch sein Hobby. Ist egal. Nimm's nicht persönlich. Er weiß dich zu schätzen und das weißt du. Du bist also auf seiner Seite. Yes, hier geht's nicht um Seiten. Rydell macht Dinge eben auf seine Weise. Yes, yes. Shit. Mein Gott, der hat halt sein Hobby und ja, okay, er hat vielleicht trotzdem bei der Arbeit helfen sollen. Das ist durchaus richtig. Okay, was haben wir hier jetzt? Haben wir jetzt so eine, so eine Dieb-Mission hier? Werden wir als Taxifahrer oder was? Bin gespannt. Da steht auf jeden Fall jemand. Hm. Hammer Time. Ich fahre aber kein Mercedes Scheiße. Vermeide die Cops, bring den Racer zum Versteck. Oh, okay. Ach, Rüdiger hat man doch im... Okay. Ja, bei Rüdiger kennen wir. Rüdiger ist ja die Rennen vorhin auch mitgefahren. Ich muss die Stille nicht mit Reden füllen. Ich doch nicht. Macht mir nichts aus, still hinter dem Steuer zu sitzen. Ja, warte mal, warte mal. Wir müssen kurz ein bisschen anders fahren, weil da sind Pops und da müssen wir vorbei. Also das ist wirklich einfach so eine Taxi-Mission, wenn man so möchte. Ne, äh, ja. Bin ich mal gespannt, was sie da dann... Ja, ich hab dich auch in zwei von zwei Rennen bisher besiegt. Ähm... Okay, also Offroad fühlt sich auch gar nicht so schlecht an, würde ich sagen. Ich wär zumindest nicht künstlich ausgeprägt wie ein Heech. Also nein. Ähm... War schon kaputt, war ich nicht. Hab ich nichts mit zu tun, glaub ich. Okay, lernen wir darüber jetzt noch was über die anderen Charaktere kennen, wie diese Mission. Das könnte durchaus sein. Okay, wir haben ihn jetzt auf jeden Fall hier abgeliefert. Vielleicht können wir Freunde werden und Freunde. Dein Versteck immer willkommen. Danke, Rudi. Wir zwei hatten einen echten Durchbruch. Nenn mich nicht so. Benutzt meinen Straßennamen. Und zwar? Der Nagel. Bin ich dann etwa... Der Hammer? Ich hätte dich nicht anrufen sollen, oder? Ne. Hättest du wirklich nicht. Okay, also wir schalten da neue Verstecke frei. Auch nicht schlecht. Bin allein unterwegs. Was gibt's? Ich wollte nur sagen, dass der Kunde sehr zufrieden war mit dem Auto. Gut gemacht. Schutzschwein gehabt. Im Garten 19 sind Rippeitzecks im Angebot. Super. Wir machen mal eine Route hierhin. Im Supermarkt. Hatte überlegt, hinten bei mir eins von den Bruststücken zu grillen. Ich mach auch die Spezialmarinade von meinem Dad, die ihr so mögt. So zur Feier des Tages. Oh. Juhu, bin dabei. Okay. Sag Yes Bescheid, wenn du mit ihr sprichst. Wir haben Hunger. Das können sie doch nicht machen. Jo, was ist? Rydell hat angerufen. Er will was grillen und macht dazu die Spezialmarinade seines Vaters. Bist du dabei? Bin beschäftigt. Komm schon, Yes. Die Kunden mochten die Autos. Und? Er freut sich. Und will das feiern. Okay, ich glaub, Yes wird... Warum ruft er dann nicht mich an? Ich hab die Arbeit gemacht. Und er will mich mit einem Steak beschwichtigen? Vergiss es. Sprecht euch aus. Du wirst sehen, dass er... Ich hab nen Anruf. Bis später. Okay, also entweder die vertragen sich wieder oder Yes wird, ähm, uns hintergehen oder so. Irgendwas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Bin ich mal gespannt. Rivalen? Rüdiger, Maja, Obi. Ach, die haben ja wirklich... Die haben ja wirklich noch komplett, ähm... Komplett ne Bio. Cool. Also wer... Wer durchgehen möchte, wer... Wer das durchlesen möchte, kann gerne pausieren. Ich lesen mir das jetzt nicht alles durch. Ähm, mach ich irgendwo anders. So. Wie gesagt, könnt ihr halt gerne kurz pausieren. Wenn ihr euch das Ganze so anschauen wollt. Wir haben jetzt aber nicht die... Den einen Stern übernommen von Rüdiger, ne? Das hoffe ich jetzt mal nicht. Würde keinen Sinn ergeben. Die Kops haben uns ja nicht gesehen mit ihm. Das wird auch ein bisschen irritierend. Also der Unterschied auf jeden Fall zu Heat ist, dass die Rennen hier wirklich nicht... Quasi nahtlos in der Offenworld sind. Was aber nicht zwingend was schlecht ist, finde ich persönlich. Na, zu früh. Also ich werde mal probieren, den perfekten Start hinzubekommen. Mal schauen, ob ich es irgendwann schaffe. Oh Gott. Ja, äh, den habe ich gesehen, natürlich. Ja, ja. Da wollen wir das. Da... Ich dachte kurz, der Charger gehört zum Rennen dazu. Ähm, ja, hau rein. Ich fahre an den Charger gegen Corvette, Mustang und was weiß ich. Also, wenn ich hier auch nur halbwegs mithalten kann, dann habe ich was drauf. Oh Quatsch. Okay, der erste Platz ist nochmal ein bisschen weiter vorne. Ja, aber er ist noch in Sichtweite. So, jawohl. Querfeld ein, aber gegen den U ist eine Chance. Sehe ich. Ich bin mal gespannt, ob wir dann andere Rivalen haben, wenn wir... Wenn wir in der Story weiter voranschreiten. Ach, guck mal, da ist Rüdiger wieder. Das ist ja schön. Oh Gott. Okay, das war Karma. Ja, ich habe ja nichts eingesetzt. Da kann ich mir das leisten. Jo. Okay, die Sirenen-Effekte sind die gleichen wie ein Heat. Aber gut, die müssen ja auch nicht... Also, die müssen ja jetzt nicht wirklich anders sein, tatsächlich. Okay, du kannst ein bisschen in der Luft lenken sogar, interessanterweise. Ja, mach mal. Ich nehme auch die Verfolgung auf von dem Urus. Wir nehmen es... Der Urus ist schnell auf der Geraden. Ich meine, klar. Der hat gut Power. Der hat sehr gut Power, der Urus. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ne, da vorne ist das Ziel. Ja. Ja. Ja, gut. Ähm... Hat funktioniert. Wir haben fast gewonnen. Fast. Komm, dann fahren wir nochmal neu. Diesmal vielleicht mit einem guten Start. Diesmal ohne in drei NPCs reinzufahren. Hätte was, glaube ich. Ja, wieder nicht der optimale Start. Ich glaube, wenn ich einen guten Start hinbekomme, bekomme ich aber Burst-Nito direkt zum Start. Das könnte ich mir vorstellen. Das würde Sinn ergeben halt irgendwo. So, come on. Ich habe aber die KI tatsächlich vergessen umzustellen. Ähm, ich wollte die KI an eine Stufe höher stellen. Ich habe es vergessen. Deswegen, ja, wenn ich jetzt hier bei den Rennen so eine Schnauze kriege, muss ich das vielleicht gar nicht machen. Dann sind wir dann doch ein bisschen herausfordernd da, als ich ursprünglich dachte. Könnte sein. Ja, Pech, ne? Warum, die Verdächtigen? Das ist schön, dass du mich verfolgst. Aber ich bin ja nicht verdächtig, ne? Ich habe ja nichts getan. Also, bitte. Da vorne schon wieder die Korvette. Ja, Korvette will ich halt auf jeden Fall haben. Einfach, weil ich wissen möchte, was man daraus machen kann. Ob man daraus vielleicht eine Z06 bauen kann. Ich schätze mal, wir werden das Speedhunter-Kett auf jeden Fall haben. Jawohl! Die Kops zeigen vollen Körfereinsatz. Wobei, eigentlich eher vollen Materialeinsatz, wenn wir ehrlich sind. Gott. Also ja, teilweise... Muss ich echt noch gucken, wie ich um die Kurve rumkomme. Round the outside. Und zurück geht's. Die Straßenkans rammen sich hier gegenseitig. Ja, mein Gott, passiert. Niemand überholt mich. Ne, ne, niemand überholt dich, sehe ich auch so. Du haust mal ab. Willst du mich ins Visier? Du haust mal ab, sage ich. Perfekt. So, weil hier jetzt schon mal einen kurzen Vorsprung zu haben, ist nicht schlecht. Weil hier geht's ja, wie wir gerade gesehen haben, nur noch geradeaus. Also wie gesagt, ich muss mich auf jeden Fall nochmal reinfinden ins Handling. Aber es ist auf jeden Fall ein Handling, was zwar immer noch vom... Also du hast immer noch deine Vorteile mit dem Driften, würde ich sagen. Aber es ist nicht mehr die krasse Meta. Würde ich jetzt... Oh Gott, ja, dass ich da nicht durchgekommen war, fast klar. Also man kommt auch normal um die Kurve rum. Ja, P2 nehmen wir mit. Man kommt auch normal um die Kurve rum, tatsächlich. Und ich brauche ein Auto, was nicht so breit ist wie den Charger. Ansonsten, ja, wenn die nächsten auch so aussehen. Ja, wie gesagt, P2 nehmen wir mit. Ah, wenn wir neu starten, behalte ich auch weder das Geld, noch das andere. Die Fahndungsstufe. Soll ich jetzt wirklich einfach zum Versteck zurück? Ja, ich habe kein anderes Tauch. Okay, ich darf aber zum Versteck zurück. Herr Meisterin Stevenson, Sie sind jetzt eine ganze Weile im Amt. Was sind Ihre Pläne für Lakeshore? Bildherrschaft. Mehr als je zuvor müssen wir die Männer in blau unterstützen, wenn sie uns vor all jenen schützen sollen, die Lakeshore zu ihrem persönlichen Spielplatz machen. Graffiti, Straßenrennen, diese illegalen Aktivitäten zerreißen unsere einst großartige Stadt. Wie ein nasses Taschentuch. Wenn ihr euch ein sauberes, sicheres Lakeshore wünscht, unterstützt meine Ziele. Genau das, was wir brauchen. Mehr Cops, die Streetracer hassen. Aha. Sympathisch, die Bürgermeister sind. Sehr sympathisch, auf jeden Fall. Im Radio rumschreien, damit hassen die Leute immer. Definitiv. Warte mal denn jetzt. Würde ich das? Das Tuning-Kit? Habe ich von Kunden bestellt, aber er kam nie vorbei. Also verstaubt es nur. Also kann ich's haben? Klar, gegen Kohle. Danke, Boss. Damit wird der Wagen am Samstag verdammt gut aussehen. Hey, weißt du noch, dass dieses hochkarätige Rennen ansteht? Ja. Und der Wagen sollte entsprechend aussehen. Okay, also das Body-Kit erlaubt dann aber tatsächlich nur noch, dass ich Ich bleib hier sicher nicht wieder die ganze Nacht. Dass ich die die Felgen anpasse. Ich kann jetzt beispielsweise nicht die Lippe da hinten runter machen. Oh, okay. Seid vorsichtig da draußen, ja? Morgen früh kommen neue Autos. Komm, weißt du was? Einfach aus Prinzip. Mann, der Typ hat echt nur seinen Laden im Kopf. Hab gehört, dass heute Nacht einige krasse Rennen stattfinden. Los, mischen wir Lakeside auf. Einfach aus Prinzip. Einfach weil ich den Charger Shooting Break absolut genial finde. So, aber jetzt kann ich hier wirklich nur noch Ja, ich kann nur noch die Reifen bearbeiten, okay. Ich muss sagen, ich finde das ganz cool, dass du die ganzen Tuning-Teile so von Anfang an zur Verfügung hast, dass du die nicht freischalten musst. Das war ja in Heat genauso. In Payback musste man die ja noch über Reputation freischalten, meine ich. Aber gut. So, wir haben jetzt einen Charger Shooting Break. So nämlich. Und wir machen einfach weiter. Jeder Suche hat unterschiedliche Treffpunkte. An manchen Tagen steht etwa, steht mehr als einer zur Auswahl. Jeder Treffpunkt verfügt über verschiedene Events mit unterschiedlichen Anforderungen und Belohnungen. Also sieh dir immer an, was los ist, bevor du dich auf den Weg machst. Wenn du die Garage einfach direkt verlassen willst, kannst du dies tun, indem du X drückst. Aha, okay. Also ich kann das auch machen, ohne eine Route zu setzen. Ähm, unterschiedliche Anforderungen. Was haben wir denn hier als Anforderungen? Nichts. Okay, auch gut. Warte mal hier. Nichts. Aber hier müssen wir 2000 bezahlen, um anzutreten. Kriegen dafür aber ein bisschen mehr raus, wenn wir gewinnen. Das ist natürlich Risiko. Aber machen wir. Boah. Alter. Das ist doch kein Charger mehr. Das ist doch kein Charger mehr. Wir haben Insider-Informationen, wie die Regierung endlich als die wahren Verbrecher von Lakeshore entwerfen werden. Aber bevor ich es vergesse, wie schläft es sich so auf eurer Matratze? Oh, scheiße. Hat mir der Kopf nicht dufe gegeben? Ja, wie hat er meine Matratze? Hey, was wäre, wenn ich dir sage, dass du nicht nur durch Rennen Cash verdienen kannst? Ja, sag an. Also, eigentlich mag ich meine Nieren. Okay, ja. Aber Alec sucht vielleicht nach einem Fahrer. Warte, wer ist Alec gleich nochmal? Ja, das würde ich auch mal wissen. Mein Freund von früher? Wir waren in derselben Pflegefamilie. Ha. Okay, also niemand, den ich jetzt kennen sollte aus dem alten Need for Speed-Teil. Glaube ich. Verdammt! Hast du gesehen, was man für die Rennen blechen muss? So viel Kohle kriegen wir nie zusammen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Nee, kriegen wir nie zusammen. Wirklich nicht. Okay, also solange ich unter die Top 6 komme, habe ich damit nichts verloren. Das ist gut. Wir gewinnen einfach, dann ist die Sache gut. Alter, ich finde dieses Bodykit so böse. Das ist also... Ich habe richtig Bock, mir wirklich einfach alle Autos zu kaufen und einfach durchs Tuning durchzugehen. Wenn da auch so eine geile Scheiße dabei ist, wie beim Charger. Alter Vater! Alter Vater! Ist das geil! So, Leute, jetzt geht das ab. Das ist aerodynamisch, das war der größte Schrott, das wir hier gebaut haben, aber ist egal. Oh! Das ist jetzt wirklich eine... Das ist wirklich eine Highspeed-Strecke hier. Das ist die Art von Strecke, wo ich vermuten würde, da kriegst du relativ schnell relativ viel Geld zusammen, könnte ich mir vorstellen. Aber wir fahren drei Runden. Also könnte doch ein bisschen länger dauern. Und hier haben wir auch ein paar Engel kommen dabei. Wo wir den U-Rust natürlich platt machen und die Corvette aus irgendwelchen Gründen auch. So, ja, warte mal, Rumi hier. Ja, das ist ja schön. Oh Gott! Manchmal braucht der Wagen echt ein bisschen unerwartet Grip auf, muss ich sagen. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Okay, das scheint aber eine etwas abgesperrtere Strecke hier zu sein. Ja, mach ich. Ich wollte gerade ein bisschen kratzen, hat nicht so funktioniert. Okay, das ist keine abgesperrte Strecke, habe ich gerade spontan festgestellt. Bis Südterer fahren kannst du. Du kannst auch gerne mitfahren, wenn du willst. Also so ist es nicht, wir schließen keinen aus. Glaub ich. Ich meine, so ein Charger, da kannst du ja einiges nicht machen. Wie man sieht. Also ihr wisst ja, das ist eigentlich so gar nicht mein Choning-Stil. Dieses extreme, komplettes Verunstalten von dem Fahrzeug, aber... Das ist einfach ein Charger-Shooting-Break. Also, was... 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 Ihr versteht mich, oder? Man kann nicht immer gewinnen. Ja, doch, ich schon. Wie man gerade gesehen hat, im Rennen davor. Bei anläufig, wo auch zweimal hat es nicht geklappt. Okay, also die Cops fahren wirklich nicht nur die Route. Die wollen wirklich... Die... Die machen alles. Die machen alles tatsächlich mit ihrem Fahrzeug. Ah, der Anzeugtrichter an der Front funktioniert. Wenn ich richtig gesehen habe. Oh, nicht. Nicht. Alter, sieht das brutal aus. Holy shit. Okay, 4.000 Belohnungen haben wir bekommen, weil 2.000 haben wir gezahlt. 6.000 haben wir rausbekommen. Verfolgung wird fortgesetzt. Nice. Ja. Das war natürlich super, danke. Ich wurde hart gerannt. Komm, was waren da ein Tempo 30? Also, bitte. Denken sie sich mal nicht so. Ähm, ja, tschüss, ne? Okay, also die Charger kannst du relativ easy auf der Gran abhängen. Zumindest mit dem Charger. Der Charger hier ist auch nicht stock. Keine Chance. Sieht es auch am 5-Gang-Getriebe alleine. Dass der nicht so ganz, ähm... Nicht so ganz serienmäßig ist. Wir sind zu gut für dich. Richtig. Sag mal, soll ich jetzt einfach direkt wieder zurück oder soll ich noch ein Rennen fahren? Weiß ja gar nicht. Können ja... Können einfach mal noch ein Rennen fahren. Komm, warum nicht? Ah, ne, Fahrer zum Treffpunkt. Ach doch, Fahrer zum Treffpunkt oder kehren ins Versteck zurück. Echt großes Ding laufen. Ein Ding? Ein Ding, ja. Ich frag mal nach, ob er was für uns hat. Wieso hab ich ihn eigentlich noch nie getroffen? Oh, mit Joben kennst du ja auch nicht. Ich kenn auch noch andere nicht, okay? Okay. Wir sind im selben System aufgestiegen. Er hat auf mich aufgepasst. Ja, du hast... Ich hab's auch so in den Job vergessen. Du hattest... Ist es wieder cool, so. Also doch nicht der Willen-Arc, den ich erwartet hab. Wenn ich bei Redel anfing, haben wir den Kontakt verloren. Aber vor ein paar Tagen hat er mich angerufen. Ganz überraschend, was? So ist das nicht. Er hat uns fahren sehen und angerufen. Er ist in Ordnung. Er hilft uns, Geld zu verdienen. Ja, ja. Ich glaub dem auf jeden Fall. Ich vertrau dir. Das weißt du. Das geht um sein Ding. Aus dem Weg! Da werden wir doch jetzt hochgenommen, oder? Das ist doch safe irgendwie. Ja, aber bei dem Kopf wird's nicht sein, aber... Der eine, der uns was gefasst hat. Ihr seht, ich sehe tendenziell hinter jedem irgendwie... Irgendwie jemand, der uns platt machen will. Mal schauen. Wir fahren auf jeden Fall jetzt nochmal ein Rennen. Für 3.000 weitere Credits. Ich muss sagen, das Bodykit war relativ günstig. Ich war mit 18.000, ne? Da wir das über den ersten Rennen jetzt schon teilweise 3.000, 4.000 gewinnen. Das ist schon ordentlich. Ich geh da mit dem Start aber auch grad echt nicht hin, ne? Ich muss halt noch den Countdown ein bisschen studieren. Wann ich Vollgas geben kann. Ja, aua. Das hat wehgetan. Jetzt ist die Frage, haben wir auch einen Multiplikator? Also bringen wir uns das irgendwas, eine höhere Reputation-Stufe zu haben? Wahrscheinlich schon. Ich weiß nur noch nicht was. So hast du nicht gewonnen. Ne, hab ich auch nicht. Weiß noch nicht, ob ich gewinnen werde, weil die anderen sind ein bisschen weit vorne tatsächlich. Ich hab zu besseren Fahrer geschlagen. Ja, dann ist es umso trauriger, dass du mich nicht schlägst. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt in der Garage mal kurz unseren Wagen repariert. Komm, den U-Bus. Uah, Gott. Den U-Bus mal kurz aufessen. Man sieht durch die Effekte auch sehr gut, wann die anderen Nitro zünden. Ist mir letzte Folge schon aufgefallen. Ja, das ist schön, dann komm mal ran. Also ich muss jetzt wirklich mal sagen, so nach der... Ja, mach du mal. Jetzt so nach der ersten Stunde ungefähr, die ich jetzt gespielt habe. Ich finde die Effekte nicht schlecht. Also diese, diese Anime-Effekte, ich finde die irgendwie cool, tatsächlich. Hat was auf jeden Fall. Ihr seid auch mal was Neues. Aber das ist eh das, was ich von Anfang an gesagt habe. Einfach mal warten auf Gameplay. Wie das dann letztendlich im Spiel wirkt. Und ich finde, es wirkt super, tatsächlich. Das war schon irgendwie geil. Ja. Brauche ich nicht oft. Aber ist okay. Ach du Scheiße. Okay, die Routen sind auch interessant. Das rennen wir von der Routenfugischen Kreativa als alles, was Yit hatte. Ohne Scheiß. Dann muss ich wirklich so sagen. Okay, wir haben hier bei anderthalb immer noch nur den Streifenwagen. Das ist okay. Alright, ja, jetzt haben wir nur noch... Jetzt können wir nur noch ein Versteck ansteuern. Weil wir kein Events mehr haben. Das heißt, 9100 Dollar. Ganz gut. Wir haben gerockt, Jess. Verdammt, das haben wir. Samstag fährt tagsüber niemand. Die Sparung sagt das fürs große Event. Verstanden. Treffen wir uns morgen Nacht in der Werkstatt. Und mach dich bereit. Ich bin immer bereit. Also gibt es samstags keine Tagsevents? Bis dazu? Oh, die neue Episode von LakeLab ist gerade erschienen. Schön. Ich glaube, so diese Mini-Dialoge muss ich mir gar nicht alle anhören. Könnte ich mir vorstellen. Und wir haben schon wieder auf jeden Fall 10.000 Kreatives. Nice. Können wir machen auf jeden Fall. Einseit ist Alec auch beim Treffen. Wir sollten jetzt wirklich Eindruck machen. Kingen wir hin. Yo, hab neue Kunden klar gemacht. Der Schuppen hier wird immer bekannter. Super. Freut mich für dich. Freu mich auch für dich. Ohne euch zwei wäre ich nicht hier. Das hier ist nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Familie. Deswegen kriegen wir wohl nur Mindestlohn. Wir warten ein paar Autos auf den Tuning. Hast du Zeit dafür? Klar. Kein Ding. Kann ich irgendwann auch die anderen Fahrzeuge tun? Okay, wir haben immer noch nicht Performance Tuning frei. Also wir können quasi einfach direkt weitermachen hier. Oh. 30.000. Und ja, let's go rein da. Dort nehme ich mit. Dort ist eine größere Nummer. Okay, das ist aber jetzt auch wieder Nacht drin. Also Samstag werden wirklich keine Tag-Events gefahren oder was? Ah. Interessant. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Spiel grafisch sehr geil. Weißt du, wie oft ich mir diese Wir-sing-eine-Familier-Rede anhören musste? Die einzige Person, zu der man loyal sein sollte, ist man selbst. Das ist auch eine Ansicht. Hey, Rydell. Hey, ich wollte euch nur viel Glück für das Rennen wünschen. Ihr schafft das. Danke, Pubs. Und denkt dran, nicht labern. Gewinnen. Gewinnen. Genau. Also, Hals und Bein. Ja, tut mir leid, dann kann ich jetzt leider nicht mehr reden. Wir sehen uns in der Werkstatt. Geht halt leider nicht, ne? Wie gesagt, nicht labern, sondern gewinnen. Wenn man beides nicht kann, dann... Rydell ist eben altmodisch. Hals, hörst du mal. Das ist einfach. Yoi. Okay, die Scheinwerfer. Okay, die Lichtberechtigung, die ist so halb akkurat, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur ein generischer Scheinwerfer-Lichtkegel, der gesetzt wird, sondern wirklich auch durch diese vier kleinen Leuchten, die wir vorne haben, ist das wirklich auch nochmal eine andere Sache. Das ist geil. Also, optisch holt mich das Spiel wirklich ab, muss ich sagen. Das ist echt nicht ohne. Oh Gott. Er ist interessierter beim Auto, ich kriege echt Most Wanted Flashbacks, ich sag's euch. Den Charger hab ich gleich nicht mehr. Okay, wir starten nicht ganz hinten. Wir haben einen hinter uns, ausnahmsweise mal. Bist du, Edek? Ich glaube nicht, ne? Bei den Q-Tar hat man schon bei ein paar Events dabei. Okay, das war ein guter Start. Das war ein guter Start, aber deutlich mehr Grip von der Linie weg. Okay, dann hat das wirklich einen Effekt. Das ist aber cool, dass du nicht einfach nur das Gas durchdrücken kannst. Sondern auch wirklich was machen musst. Das ist cool. Guck mal, hier kommen wir ganz gut rum. Ich frage mich gerade, ich glaube zwar nicht dran, aber ich frage mich gerade, ob das Bodykit auch wirklich uns Downforce gibt. Ich glaube nicht dran, weil dafür, glaube ich, ist Need for Speed zu arcadig. Aber cool wär's hier auf jeden Fall. Ja, mach du mal. Oh Gott, wenn man die Route nicht kennt, ist das aber auch echt ein Abenteuer hier. Keiner. Aua. Wenn du nicht leiden möchtest, gehst du da jetzt weg. Sehr gut. Ich hab mir das auch geklärt. Das war mal Backfire gerade, holy shit. Also ich komm auch langsam wirklich ins Handling rein. Ich find das Handling auch, wirklich. Ja gut, muss ich sagen. Ja, man kann halt auch wirklich normal um die Kurven fahren. Jetzt ist es nicht mehr so wie ein Heat, wo normal fahren halt, ja, schwierig war. Die Frage ist halt, wie wird es mit anderen Fahrzeugen gehen? Gerade auch mit schnelleren Fahrzeugen. Kann das ja immer nochmal eine andere Nummer werden. Das ist da ja auf jeden Fall immer das Interessante. Warum hatten wir bisher noch keine Cops? Wir haben ein 30.000 Dollar Event. Ohne Cops, da glaubst du doch selber nicht. Ich sag euch, Alec ist ein Cop. Der nimmt die Szene hier gleich richtig hoch. Oder er versucht zumindest. Dann aber eine riesengroße Befolgungsjagd. Nach links und rechts gucken. Und dann geht das ab hier. Aber warte mal, ich glaub, wenn ich das Burst Nitro zündere, dann muss ich danach mein Nitro weiterverwenden. Und das hat dann einen stärkeren Effekt. Könnte es das sein? Dann hab ich das bisher falsch gemacht. Na gut. Auch interessant. Aber wir gewinnen damit das Rennen mal ganz geschmeidig hier. So nämlich. Gar kein Problem. 30.000 auf unser Konto. Das hat nichts an der Fahrtnustufe gemacht. Da glaubst du doch selber nicht. Irgendwas passiert jetzt. Wuh! Erster Platz, Baby! So muss das laufen. Die kam ja mal gar nicht klar. Habe's dir doch gesagt? Mein Hirn, deine Fahrkünste. Geniale Kombo. Und Rydals Rides. Warte, bis er davon hört. Der wird platzen vor Stolz. Vielleicht holt er sogar den Grill raus und die Spezialmarinade seines Dads. Shit, warte kurz. Alec ruft an. Wie geht's dir, Alter? Aha. Oh Gott. Die kleine Garage von... Ja, habe ich dir doch gesagt. Ich weiß nicht, aber viel. Eine Menge was? Oh, heute Nacht? Na klar doch. Danke. Bis dann. Okay. Worum ging es da gerade? Erlehrt Auftrag. Moment, jetzt? Dachte, wir fahren zurück zur Werkstatt. Nur ein Transportjob. Einfach von A nach B. Er schickt die Infos gerade. Das lassen wir uns nicht entgehen. Das ist die Gelegenheit. Oh Gott. Okay, okay. Packen wir es an. Ja, packen wir es an. Sehe ich das richtig? Klingt verdächtig. Klingt sehr verdächtig. Wenn wir ihn beeindrucken, sahen wir ab. Aber es gibt keine zweite Chance. Hast du denn eine Ahnung, was wir fahren sollen? So wie ich ihn kenne, was krass ist. Bin ich mal gespannt. Das würde ich aber sagen. Gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, meine Damen und Herren. Ja, bisher haut mich der Spieler. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und das war es mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr mit euch noch um so ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.